Berlin ist eine pulsierende Stadt. Berlin ist in Bewegung. Das verursacht natürlich Lärm. Der neue Lärmaktionsplan soll deswegen Abhilfe schaffen. Lärm ist eine Belastung. Lärm ist ein Problem für viele Berlinerinnen und Berliner. Aber uns muss klar sein, Berlin ist eine sehr große Metropole. Es wird nie ganz leise sein hier und ganz still. Aber wir arbeiten daran, damit es leiser wird. Wir fördern die Elektromobilität, eine viel leisere Antriebsform. Wir fördern den Radverkehr. Wir fördern den ÖPNV, damit die Menschen die Möglichkeit haben, umzusteigen. Das ist uns wichtig. Dort, wo sich Lärm kaum vermeiden lässt, zum Beispiel an lauten Hauptstraßen, hilft das Berliner Förderprogramm für Lärmschutzfenster. Und natürlich braucht es Ruhe- und Rückzugsorte zum Innehalten, zum Auswohnen und zum Runterkommen. Grüne Oasen wie der neue Spreepark sind deshalb unerlässlich für Berlin. Liebe Berlinerinnen und Berliner, weniger Lärm ist besser. Deshalb möchte ich Sie bitten, beteiligen Sie sich an unserer Aktion Berlin wird leiser. Sagen Sie uns, wo Sie in der Stadt Lärm besonders stört. Schreiben Sie uns, was wir verändern müssen. Wir schauen uns das genau an. Machen Sie jetzt mit! Bis zum 23. Mai unter leisesberlin.de Danke. Sagen Sie sich über 97. Mai unter. Sagen Sie sich überleden. Bis zum 23. Mai unter.